Weihnachten bedeutet für mich zuerst einmal als Christ die Menschwerdung Jesu Christi, die Menschwerdung Gottes. Gott lässt sein Wort in dieser Welt Wirklichkeit werden. Er gibt ihm Hand und Fuß, er gibt ihm Fleisch in seinem Sohn. Und damit ist es für mich greifbar geworden, dass Gott in dieser Welt ist. Die Veränderung gegenüber früher, wenn ich mich auch an meine Kindheit erinnere, dann war das doch alles noch sehr getragen in einem Volksbrauchtum mit Tannenbaum, mit Bescherung, mit Familie. Ich denke, vieles ist dabei schon noch geblieben, aber vieles hat sich auch verändert, weil unsere Gesellschaft sich verändert hat. Wenn der Konsum im Vordergrund steht, das Kaufen, das Geschenke machen, natürlich immer persönlicher, nach Möglichkeit immer mehr. Ist das für mich auch ein Widerspruch zu der Wirklichkeit, die eigentlich gedacht ist. Geschenke an Weihnachten machen sich Menschen, weil sie sich über die Geburt des Erlösers freuen. Und weil sie so auch einander begegnen, sich Freude machen, so wird auch die Freude über Gott sichtbar. Ich wünschte mir eigentlich, dass in unserer Gesellschaft mehr Dankbarkeit wieder in den Vordergrund gestellt wird. Über die Dankbarkeit, dass Gott an der Seite von uns Menschen ist. Dass wir eucharistische Menschen werden. Das heißt auch die Dankbarkeit feiern. Vieles ist viel zu selbstverständlich. Dieses Dankbarsein heißt auch demütig sein. Heißt auch, sich auf Gott zurückgeworfen. Wissen, sich von ihm her, vom Ursprung her betrachten. Und dann auch mit ihm das Leben in dieser Welt gestalten. Ob wir die Chance haben, wieder dankbarer und somit dann vielleicht auch eucharistische Menschen zu werden. Das hängt letzten Endes auch damit zusammen, ob wir diesen Gott an unserem Leben teilhaben lassen. Ob wir ihm die Möglichkeit geben, dass er in unserem Leben eine Rolle spielt. Weihnachten ist dann in dieser heutigen Zeit mit Sicherheit für mich auch das Fest des Friedens. Weil es, so wie die Engel es sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Dass wir aus der Dankbarkeit uns der Gnade Gottes bewusst werden. Und somit Friede möglich wird in dieser Welt, der so nicht in allen Ländern, nicht in allen Familien, ja nicht einmal in jedem Menschen selbst gegeben ist. Einen Frieden, der den anderen auch so sein lässt, wie er ist, als Geschöpf Gottes, als Ebenbild Gottes von der Genesis her. Und dann auch wahrnimmt, dass Menschen anders sind. Ja, vielleicht auch an einen anderen Gott glauben. Auch einen Gott in ihrem Leben anders verwirklichen. Und dieser Friede heißt letzten Endes nicht nur den anderen annehmen, sondern heißt, ja ihn auch so sein lassen, wie er ist. Nicht ihn verändern wollen nach meinen Vorstellungen, sondern ihm ebenfalls die Möglichkeit geben zu sagen, ich komme von Gott und ich gehe zu Gott hin und mein Leben gestalte ich mit ihm. Ich möchte zwei Begriffe hier verwenden, einmal Herbergssuche und Wegbegleitung. Das ist das, was nicht nur Kirche sein kann, das, was wir versuchen im Bistum Trier mit der Synode zu sein, sondern was jeder letzten Endes für sich selbst Wirklichkeit werden lassen muss. Auf dem Weg sein zu Gott, zum himmlischen Jerusalem. Und dieser Gott ist es, der mir Wegbegleitung anbietet, von dem ich dann diese Wegbegleitung annehmen kann. Und das ist das, was wir versuchen im Bistum Trier zu machen.